Oh mein Gott! Flash! Nein, es geht mir noch nicht raus an! Hi! Ich liebe dich! Danke! Ich verbinde mit Mr. Wing! Nein, bitte nicht! Ich brauche dich hier sofort, Barry! Du bist also in der Zeit zurückgereist? Aber Bruce, ich kann Dinge in Ordnung bringen. Ich könnte Menschen retten. Meine Mom. Ich könnte deine Eltern brennen. Du könntest auch alles zerstören. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich auch. Also, wie war diese Woche? Wie war der Unterricht? Der Unterricht war gut. Oh Gott! Das ist ein Psychotrip-Scheiß. Alter, das ist eine Katastrophe. Diese Welt muss sterben. Nein! Ich will sie nicht nochmal verlieren. Das ist nicht Clark. Mein Name ist Kara. Ich helfe euch. Interessante Gruppe. Braucht ihr Hilfe? Er ist Batman? Wahnsinn! Ihr wollt durchdrehen? Dann drehen wir durch. Wow! Das ist ein Oberkrass! Das hier ist unbekanntes Terrain. Batman, was soll ich hier tun? Versuchen wir nicht zu sterben. Bereit? Bereit. Los geht's! Du hast ausgefallene Freunde. Ja, das war ein Uber. Ach du... Luxusklasse. Was ist der Himmel? Der Himmel ist ein friedlicher Ort. Kommst du in den Himmel? Nein. Warum nicht? Weil man dafür ein guter Mensch sein muss. Heute vor zehn Jahren zündete die künstliche Intelligenz, die zu unserem Schutz geschaffen wurde, in Los Angeles einen Atomsprengkopf. Solange die KI eine Bedrohung ist, werden wir nicht aufhören sie zu bekämpfen. Dies ist ein Kampf um unsere Existenz. Was auch da drin ist, sie wollen sicher nicht, dass da jemand reinkommt. Ja, oder raus. Wir sind gleich. Wir kommen nicht in den Himmel. Weil wir nicht gut sind. Und ich bin kein Mensch. Haben Sie die Waffe lokalisiert? Ja, es ist ein Kind. Anschneiden! Was wollen Sie mit dem Kind? Wir sind so kurz davor, den Krieg zu gewinnen. Töten Sie sie, oder wir werden ausgelöscht. Sie kommen, um mich zu holen. Wir werden Ihr ganzes Atomprogramm zerstören. Wir werden Ihr ganzes Atomprogramm zerstören. Eilmeldung, der iranische Atomreaktor wurde von der CIA sabotiert. Sie wissen von uns, wir rücken in 15 Minuten ab. Exfiltrationspunkt. Eine alte CIA-Basis in Kandahar. Ich will nur nach Hause. Ich werde Dich begleiten. Die Entfernung ist nicht das Hauptproblem. Sondern das Dazwischen. Sie jagen sogar meine Leute und verkaufen sie an den Meistbietenden. Niemand wird uns helfen. Wir müssen nach Kandahar. Sie kommen. Sie kommen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jonas, wir brauchen deine Hilfe Wir registrieren eine erhöhte Wasseraktivität im Graben in 7500 Metern Tiefe Das ist ein uraltes Ökosystem, unberührt von Menschen Was auch immer da unten ist, es will an die Oberfläche Das war eine blöde Idee Nur ein kleines bisschen Jonas, wir kriegen Besuch Das ist der größte Meg, den ich je gesehen habe Der größte, den überhaupt jemand gesehen hat Das ist der Spitzenpredator Alle sofort zurück zur Station Ihr könnt es schaffen, Beeilung Drei Riesenwechsel, wer weiß was sonst noch Haben die Absperrung durchbrochen Ich hoffe, nur dieses Mal läuft es besser Was ist letztes Mal passiert? Das willst du nicht wissen Los, los, los! Sowas haben wir noch nie gesehen Sie jagen im Schwarm Keine Sorge, die Station hier Ist Meg sicher Jonas hatte immer Angst davor Aber das ist völlig ungewöhnlich Runter, runter! Unser Leben Ist die Summe unserer Entscheidungen Und wir können der Vergangenheit nicht entkommen Ethan, irgendwann kommt Ihre Mission Sie teuer zu stehen Sehr teuer Die Welt verändert sich Wahrheiten verschwinden Kriege sehen heraus Es ist lange her, mein Freund Sie ahnen nicht, welche Macht ich repräsentiere Sie kennt Ihre Geschichte Und weiß, wie sie endet Hören Sie mir zu Die Welt wird Jagd auf Sie machen Sein Schicksal steht fest Sollen wir auch Ihres festlegen? Wenn Sie ihnen auch nur ein Haar kommen Sind Sie nirgendwo auf der Welt vor mir sicher Das steht fest Ethan, welches Ziel verfolgst du? Was ist dein oberstes Ziel? Euer Leben wird immer wichtiger für mich sein Als mein eigenes Keines unserer Leben könnte wichtiger sein als diese Mission Das akzeptiere ich nicht Jungs, wo wart ihr? Tut uns megamäßig leid Die Jungs wollten Pizza und ich konnte ihn nicht ausreden Leo, was ist denn du für eine Ratte? Hey, das finde ich nicht witzig Wir haben 2023 Entschuldige Dad Hey Leute, wenn wir keine von den Menschen gemiedenen Monster wären Und tun könnten, was wir wollen Was würdet ihr dann tun? Auf die Highschool gehen? Vielleicht hätte ich eine Freundin? Eher nicht Die Polizei ist ratlos angesichts der jüngsten Verbrechenswelle von Superfly Niemand weiß, wie er aussieht Wieso nicht? Weil er jeden um die Ecke bringt, der es weiß Cool Nein, nicht cool Ein bisschen schon Wir schalten Superfly aus, dann werden uns alle akzeptieren Was ist das? Was? Ihr seid kleine Schildkrötchen, ha? Nicht zu fassen, es gibt noch andere Mutanten Es wird Zeit, dass Mutanten die Erde beherrschen Wir können die nicht stoppen Wir müssen zwei suchen Michelangelo, du hast Herz Donatello, du die Weisheit Raphael, du hast Mut Und Leonardo, Ehre Gemeinsam Könnt ihr wirklich alles erreichen? Kawamakia! 9 Sekunden Gebe ich dir, um über dein Schicksal zu entscheiden Ciao, Roberto Roberto, was hast du in deiner Heimat gemacht? Regierungsarbeit Ich bin im Ruhestand Für dich Wo ist das? Ba bene Durch diese Menschen fange ich an zu verstehen, was wahrer Frieden ist Und ich fange an zu glauben Ciao, Junge Dass ich da bin, wo ich sein soll Was hier passiert, passiert in vielen Städten Die Mafia Die ist ein Krebsgeschwür Unheilbar Halt dich aus den Angelegenheiten anderer Leute raus Was auch immer es ist, was du und deine Freunde tun Tut es woanders Du warnst mich? Ich bereite dich vor Ist das eine Timex? Nein Das ist dein Das ist der Mediannerv, den ich komprimiere Auf Level 3 Und du möchtest nicht auf Level 4 gehen Sie scheinen ein Mann zu sein, der etwas von Gewalt versteht Ich mag es hier Das nimmt mir keiner weg Ich nehme mir, was ich will Die Polizei fand mehrere Leichen auf der Farm in Sizilien Haben Sie sie getötet? Neun Sekunden Sehe ich aus wie ein Killer Ist es atemberaubend? Wo du hier Sand siehst, stell dir Wasser vor Wenn du hineintauchst, kannst du den Grund nicht erreichen Du tauchst hinein? Ja Nennt man schwimmen Ich glaube, ich glaube dir kein Wort In den Schatten von Arrakis liegen viele Geheimnisse Aber das Dunkelste von allen bleibt wohl Das Ende von Haus Atreides Dein Vater war kein Freund von Rache Was, wenn Paul Atreides noch lebt? Hast du jemals von deinem ersten Ritt geträumt? Versuch nicht jemanden zu beeindrucken Du bist mutig Wir alle wissen das Sei klar Sei direkt Nichts verrücktes Ich verstehe Nichts verrücktes Du wirst mich nie verlieren, Paul Atreides Wir gaben ihnen einen Grund zur Hoffnung Das ist keine Hoffnung Möge dein Messer splittern Und brechen Das sind nicht meine Hände Das ist nicht mein Sohn Das ist die Zukunft der Drohnenkriegsführung Das ist nicht mein Körper Das ist nicht mein Körper Wir töten die Bösewichte Die jemand anders hält den Kopf Das ist nicht mein Körper Das ist Adrian DeLoreo Der Mittelsmann in der Sache Bringen Sie die Spinne zurück Seien Sie vorsichtig Hi Adrian ist in Downseer Und Sie verstecken sich Nein Wir jagen Wir schalten Adrians Crew aus Damit scheuchen wir ihn auf Ich krieg das hin Finde einen Weg bei ihm zu bleiben Irgendetwas stimmt nicht Erinnern Sie sich daran Wer Sie sind Ich werde Sie nicht sterben lassen Es ist Zeit zu gehen Lass mich allein Die anderen leben Sind nur Geräusche Das ist nicht mein Körper Das ist nicht mein Körper Das ist nicht mein Körper Bringen Sie es zu Ende Schon seit Jahrhunderten Lebt unsere Art verborgen Auf der Erde Doch die Dunkelheit Hat uns erneut gefunden Prime Es geht um das Schicksal Aller Lebewesen Unicron ist auf dem Weg Das reagiert nicht Nein, verzieh dich Wow, ich dachte wir wären Bros Du hast einen Menschen hierher gebracht Ich bin niemand Ich habe auch nichts gesehen Ich sehe auch jetzt gerade nichts Das ist nicht unser Krieg Optimus, wir alle brauchen einander Um zu überleben Wie groß kann dieser Typ sein? Äh, er frisst Planeten Also viel größer als ein Planeten Letztendlich Wird er alles, was dir wichtig ist Verschlingen Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg Um unsere Heimat zu retten Solch einer Bedrohung Musstet ihr euch noch nie stellen Sollen sie kommen Sollen sie kommen Was denkst du, wer der beste Fahrer ist? Wahrscheinlich Bory? Den lasse ich in der ersten Runde Staub fressen Jan, ständig spielst du Videogames Und jagst verrückten Träumen von Rennwagen nach Dad, du hast doch immer gesagt Wir sollen das tun, was wir lieben Ist dir klar, was Rennwagen kosten? Sieh dich um Das ist nicht unsere Welt, mein Sohn Was ist das? Ein Wettbewerb Die besten Gran Turismo-Spieler auf der Welt Kriegen die Chance, sich im Profi-Rennsport zu beweisen Alter, das ist echt Ist real Mal im Ernst Glaubst du wirklich, dass du einen Jungen Der in seinem Kinderzimmer Videogames spielt In eine Rakete setzen kannst, die 320 Sachen fährt Die Karre wird ihn komplett zerlegen Das wird nicht funktionieren Rennfahrer sind Eliteathleten Deine Jungs sind dürre kleine Gamer Und da kommst du ins Spiel Kommt schon, los geht's Das muss eine ganz neue Erfahrung für euch sein Eure Beine zu bewegen Du hast auf meinen Rasen gekotzt Wenn du ein Rennen fährst Dann herrschen im Cockpit 60 Grad Celsius Die G-Kräfte sind doppelt so hoch wie für ein Astronauten bei einem Raketenstart Ich kann nichts mehr sehen Hey, kriegst du im Spiel dafür extra Punkte? Verfluchte Scheiße Die ganze Sache ist völlig krank Aber von den Couchsurfing-Nerds, die du mir geschickt hast Ist er der Beste Du bist dabei Willkommen im Team Nissan Was kommt jetzt? Die Major Leads Die anderen Fahrer werden dich hassen Upsi Alter, was ist dein Problem? Ist Teil des Spiels, nennt man Rennsport Verpasst du die Ideallinie im Game, fängst du von vorn an Verpasst du sie auf der Strecke Kannst du sterben Ich kenne diese Strecke Ich bin sie schon tausendmal gefahren So gefällt mir das schon besser Captain Geben Sie mir einen Lagebericht 14 von unseren Männern sind tot 40 feindliche wird kommen Und die Mappe? Ist weg Eine Mappe des Geheimdienstes Sie enthält die Namen und Standorte Hunderter vietnamesischer Agenten Wir müssen die Mappe wieder beschaffen und vernichten Koste es, was es wolle Ich schicke Ihnen jemanden Jemanden, der das in den Griff kriegt Ich brauche drei Teams Wir bekämpfen einen neuen Feind Sie kommen nicht aus dem Himmel Sie kommen nicht übers Wasser Sie kommen aus der Erde Ackerman, Ihr Team geht nach unten Sie sind ein Pionier und ein helles Köpfchen Ihre Augen werden da unten für mich alles analysiert Oberste Priorität dieser Mission ist, dass wir die Mappe wieder beschaffen oder notfalls zerstören Sie ist nicht hier, Mann Woher wissen Sie das? Sie würden sie nicht umgewacht lassen Ganz schön heiß da unten Wir stießen auf heftigen Widerstand Der ist verwundet Wir müssen sie hier abhören Ich bringe euch hier raus Alles andere ist egal Die Spezialeinheiten sind die Speerspitze Wir bekämpfen sie mit Pionieren, Sir Nicht schießen! Die Gippe misst man daran, wie viele Männer gefeiert sind Wie zählt man sie, wenn sie schon begraben sind? Einen nach dem anderen Es ist nur ein Krieg Es ist mir eine Ehre, euch den Schöpfer der Hungerspiele höchstpersönlich vorzustellen Dekan Kaskar Highbottom Ich habe euch alle zum zehnten jährlichen Tag der Ernte versammelt An dem wir aus jedem Distrikt zwei Kinder auswählen, um bei den Hungerspielen bis zum Tode zu kämpfen Aus Distrikt 12 Lucy Gray Baird Dieses Jahr gibt es eine Änderung Ihre Aufgabe als Mentor, Mr. Snow, ist es, aus diesen Kindern Sensationen zu machen Keine Überlebenden Was macht mein Mentor, außer mir Rosen zu bringen? Ich gebe mir Mühe, dir den Rücken zu stärken Du willst mir in dieser Arena den Rücken stärken? Dann glaub erstmal daran, dass ich gewinne Ich bin Lucky Flickerman Allererster Moderator Der Hungerspiele Emissen Sie die Show Fünf Vier Drei Zwei Emissen Sie die Show Lauf Emissen Sie die Show Siehst du, was dort drin geschehen? Wie schnell unsere Panik davor zur Beute zu werden Raubtiere aus uns macht Wie schnell die Zivilisation verpufft Von Natur aus wohnt in uns allen das Gute Wir können die Grenze zum Bösen übertreten Oder nicht Hörst du das, mein Junge? Dieses Geräusch macht Schnee Wenn er fällt Wie wunderbar, dass wir dabei sein dürfen, wenn jemand zum letzten Mal auftritt Es geht nicht bloß um Siegen Es geht einfach immer um Siegen Wir sind Monster Alle miteinander Stehen gestatten Es sind die Dinge, die uns am allermeisten bedeuten Die uns zerstören 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 Verirrt Die uns zerstören Wo ist sie? Es tut mir leid Sie müssen sie finden Du erinnerst dich an mich, nicht wahr, Bob? Ich bewahrte sein Geheimnis Was hast du getan? Wo bist du denn? Die uns zerstören, Bob? Die uns zerstören Die uns zerstören, Bob? Die uns zerstören, Bob? Meine Patent Ich bin meine Patentocter Meine Patentochter Mein Vater sagte mir, du hast etwas gefunden In einem Zug während des Krieges Ein Rad, das den Verlauf der Geschichte ändern könnte Warum jagst du dem Ding nach, das dein Vater um den Verstand brachte? Keine Bewegung Wir müssen hier verschwinden Stopp! Entschuldige Helena Dr. Jones findet ihn Dr. Jones findet ihn Hitler machte Fehler Und damit werde ich sie korrigieren Sie haben's gestohlen Dann haben Sie's gestohlen Und dann hab ich's gestohlen Das nennt sich Kapitalismus Zahle Zahle Schnallen Sie sich an Es könnten Turbulenzen auftreten Du hast deine Chancen genutzt Fehler gemacht Und jetzt ein letzter Triumph Indie Mach ihn in die Hölle heiß Indiana Jones Ein paar Mal in meinem Leben habe ich Dinge gesehen Ich wurde mit Voodoo gefoltert Neunmal angeschossen Neunmal angeschossen Auch einmal von deinem Vater Ah! Entschuldigung! Doch danach hab ich gesucht Mein ganzes Leben Ich bin ein ganzes Leben Ich bin ein ganzes Leben Ich bin ein ganzes Leben